Hallihallo liebe Leute, ich bin Akumisie121, ich mache Songs, Let's Plays und Crazy Unterhaltungsvideos. Tja, wie ich mir hier gedacht habe, mache ich mal ein Video draus von meinem neuen PC, beziehungsweise den Desktop her. Wie ihr seht, habe ich jetzt nicht mehr Windows 7, sondern Windows 10. Ist auch alles ganz gut, ich habe schon die ersten Spiele schon mal installiert. Outlast, Resident Evil 7 läuft sogar jetzt auch bei mir perfekt. The Forest läuft bei mir auch perfekt auf Full HD. The Escape is, Parkway 3 wird noch heruntergeladen, wie man hier sieht. Dauert noch eine Stunde und drei Minuten, ja mein Internet ist nicht ganz so perfekt. Bei anderen ist es vielleicht besser, weil die vielleicht 32.000er Leitung haben oder so. Gut, nicht unbedingt jeder kann so schnell das Internet haben, aber es geht. So, und ja, Windows 10, Horror Hospital läuft sogar noch auch ziemlich einwandfrei. Und Stranger Deep, wo ich eigentlich als Vorgeschmack gemacht hatte, läuft auch sehr gut einwandfrei. Das AFD-Nicht werden auf jeden Fall, ich denke mal, erst mal von Resident Evil 7 das Tessa beginnt, beziehungsweise die Demo von Resident Evil 7, und dann mal von Stranger Deep, Outlast, oder vielleicht The Forest, oder sogar Horror Hospital, weil es so super läuft. Und ja, ich werde einfach mal gleich loslegen, Leute, seid gespannt darauf, auf dem Samstag. Bis dann, euer Akumisi, 1 zu uns.